Ja moin, Brodingos, willkommen zurück zu Clash Royale. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was momentan hier abgeht, ja? Sind wir? Auf jeden Fall, ja? Nee, es läuft gerade eigentlich alles ziemlich gut. Und wir können nicht klagen. Weil es gibt ja auch immer gute Karten. Elf Eisgeister, ihr könnt echt nicht meckern. Also es ist wirklich echt eine geile Sache. Und wir kriegen doch nochmal eine Silber-Trube gerade so obendrauf. Also jetzt mal ganz ehrlich. Oh. Ich bin gerade wirklich von diesem Spiel überwältigt. So wie immer. Na gut. Lassen wir das. Hm. Sind zwei Leute rausgegangen. Ich werde ganz gerne mal die Clan-Story nachverfolgen, aber ich... sehe nichts mehr. Die Leute spammen zu viel. Na gut. Jetzt sind jedenfalls sehr viele Leute online und deswegen werde ich natürlich auch die Hand aufhalten nach Leuten, die Bock auf einen Silber- äh, auf einen Silberkampf haben. Ja, einen Silberkampf, natürlich, genau. Liken, wer es kennt. Ich wette die meisten. Doppelkampf, natürlich. Ähm. Ja. Ich warte darauf, dass... Jetzt mal was passiert. Ich brech mal ab. Das ist doch zum Heulen, ey. Was war das denn jetzt wieder? Manchmal passiert das halt. Da kannst du zehn Jahre warten. Du kommst nicht in einen Kampf rein. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Ja, wir haben einen YouTube-Kanal. Ja, muss ich Spaß jetzt gleich mal suchen, Alter. Äh, 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 äh. Alles gut, alles gut. War nur eins, Witz. No hate. Okay, Leute. Guckt mal, Leute. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal hier anfangen, Leute. Okay, Leute, wir sind alle gestorben, Leute. GG auf jeden Fall, Leute. Wir haben einen guten YouTube-Kanal, Leute. Okay, GG auf jeden Fall an euch an der Stelle, Leute. GG auf jeden Fall, Leute. So, da ist der Tor kaputt, ne? Da können die auch deine, deine, deine Cringe-Royale-Spaßtis nicht. Hier helfen. Achso, das war sein Ballon. Ups. Kann schon sagen. Ja, es war sehr intelligent von mir, ich weiß. Ja. Sehr gut gemacht. Mit dem Riesenskelett. Äh. Kriegst du es hin? Nice, HD. So, ein Ball, würde ich jetzt mal sagen. Wunder, nice. Nice. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich kann nur noch den Elektromagier spielen, Leute. Läuft bei mir, Leute. So, aber jetzt wird, glaube ich, Feierabend dann am Bienen sein. Offenlich. 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 Ja, hat er wohl seine ganzen Verteidigungstricks bei seinen Cringe-Royal-Youtubern gelernt, ne? Okay, Leute, GG auf jeden Fall an euch an der Stelle, Leute. Das war's für meinen YouTube-Kanal, Leute. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erhängen gehen, Leute. Ich habe gerade übrigens diesen Typen da parodiert. Ich habe das nicht einmal verstanden. Wahrscheinlich hat er gerade auch so ein YouTube-Video gemacht, ne? Weil, ich meine ganz ehrlich so, es reicht ja nicht. Also, ich sag mal so, ne? Ich hätte mich ja auch Random-Car-YouTube nennen können, ne? Wenn ich so richtig schön die Klicks gebraucht hätte. Aber gut, wenn sie mal, würde ich schon. Ich meine halt nur so, ne? Für einen Lakaien-Hut-Zauber. Du hast ja wohl echt eine Ratsache, mein Freund. Na gut, wenn er meint. Wenn er meint. Gut, gut. Kann man auf jeden Fall bringen. Das ist auf jeden Fall, oder? Ja. 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 Wumse, blühe, Bruder. Ja. Ähm. Ja, ich sag mal so, ne? Wenn man die Klicks so unbedingt nötig hat, bitteschön. Da kann man auch in seinen Clash-Royal-Namen noch ganz dick und fett YouTube reinschreiben. Weil sonst gibt's ja auch keine Klicks. Ohne Witz. Ja, das war auf jeden Fall ein schöner Angriff. Kann man sich auch direkt eigentlich dann erhängen gehen. Kann man sich gut weghängen, da glaube ich. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Wenn man halt nicht an den Tower rankommt, muss man halt einen Schweinereiter nehmen, ne? Aber meine Teammates dürfen das. Nur diese Leute dürfen das nicht. Das sind ja auch voll die Under-Humans. Voll die Unter-Menschen, ja? Ah, umbringen. Ach, du bist so ein Buster. Ja, ist echt schön für euch. Das ist ein Problem. Kein Problem. Ohne Witz. Ahaha, Brudis! Ahaha, Brudis! Aha! Ja. Ja, ganz ehrlich, Mann, ich kann keinen Ernst nehmen, der in seinem Clash Royale-Namen das Wort YouTube-Drehen stehen hat. Ja? Das ist ja schon die verkörperte Aufmerksamkeitsgeilheit, Mann. So. Schreibt da direkt dazu, abonniert mich! Spasti! Ach! Hurra! Ja, Hurra! Ja! Ja, es wird lustig! Ja. Ah! 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 Na gut! Ähm, ja! Ist gut! Goodbye! Sehr schön gesetzter Knall, meine Freunde. GG auf jeden Fall an dich an der Stellung. Würde ich auch gleich ganz gerne mal den heiligen Trimax grüßen, weil das gerade so geil war. Also ohne Scheiß. Da weiß ich gerade echt nicht, was ich sagen soll. Das ist an der Hard. Level 3 Eismagier, man. Ich hab mir die Karten gekauft. Ja, ich mein, er er spricht das an. Das ist einfach wahr. Man muss sich in Clash Royale einen Skiller kaufen. Das ist halt einfach so. Wenn's mit dem Skill nicht klappt. Der Skill und die Fails. Also mein Lieblingsnetzplayer darf nicht so viel skillen und nicht so viel failen. Aber er darf locken. Während ich dabei gerade klinge, wie einer abgestürzte Fistplatte. Ja. Auch ohne Dreck, Alter. Und macht's jetzt mal gut, ihr Schweine. Können aber nicht anders an den Tower rankommen, diese Missgeburten. Aber Hauptsache, dass ich den Eismagier 5,5,3 erhoch botten. Ja, ja, ich merke schon. Ja, ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht nötig gewesen, Trigger, ne? Das merkst du selber. Er ist halt so traurig, ne? Kommt halt Original nur noch vorne, wenn sie Feuerbälle schmeißen, ne? Und kriegen den Tower kaputt. Warum haben die beiden ein Level 3 Eismagier oder was? Können halt nur mit Feuerbällen gewinnen. Also, Alexi, Moreno und Vayne, ihr seid beides Hurensöhne. Ich meine, hätten sie jetzt nicht den Feuerball geschmissen, hätten sie meinen Funky den Tower kaputt gemacht. Aber weil es halt Hurensöhne sind, ne? Die hätten überhaupt nichts können. Naja, muss man nichts zu sagen, oder? Da muss man gar nichts zu sagen, glaube ich. Das sieht man doch selber schon, was das für... für Under-Humans sind. Da muss gar nichts zu gesagt werden, ne? Naja. Oh, war das dumm mit dem... Das war schon misintelligent mit dem Knall. Weil... Jetzt hätte ich nämlich 10 Elixier gehabt und hätte schon fast, ähm... den Eismagier free, weißt du? Der wäre jetzt schon dabei gewesen. Das ist, ähm... ärgerlich, Mann. Hm, Missgeburt. Ähm... 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 Das ist aber eigentlich machbarer Scheiß. Mh, Missgeburt, Alter. Mh, richtige Missgeburt. Ja, es sind halt solche Elektromagiersöhne, weißt du? Das ist halt, ja, muss man nichts zu sagen, glaube ich, oder? Man sieht mal ja von selbst, was das für Söhne sind. Da muss man, glaube ich, gar nichts zu sagen, oder? Da muss man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Das sind so richtige, so richtige Söhne. So richtige Dreckssöhne. Kannst du gar nichts gegen machen. Mh, ja, ja, ist klar. Ja, ja, ja. Kannst du nichts gegen machen, ist halt der größte Hurensohn auf diesem Planeten. Da kannst du gar nichts gegen machen, ne? Da ist halt gar nichts gegen zu machen. Also heute haben wir wieder die fettesten Hurensohne noch in diesem Spiel gesehen. Ja, ja, so ein richtiger Hurensohn, ne? So ein richtiger, du kleiner Hurensohn, ne? Ja, ja, du Hurensohn. Ja, ja, du kleiner Hurensohn. Du kleiner, verdammter Hurensohn. Ja, kannst du nichts gegen solche Hurensohne machen, ne? Das ist halt einfach nichts gegen zu machen, gegen solche Hurensohne. Ja, so ein Mega-Ritter-Elektromagier-Hurensohn, Alter. Ja, und deine dreckige Mama ficken, ey, du Bastardsohn. So was regt auf, Alter. Ja, ne? Muss man noch was zu sagen? Ich glaub nicht, ne? Zeigt ja schon, fasst ja schon zusammen, was das für ein Bastard ist, ne? Kann nur mit Frost-Zauber spielen, ne? Aber hey. Da wieder so ein Magier-Hurensohn, ne? Also ist ja auch wieder Standard, ist ja auch wieder Mainstream geworden, die Scheiße. Magier zu spielen, ne? Ist ja auch totaler Drecks-Mainstream geworden. Aber hey. Elektromagier in 3-2-1. Bastard. Ja, trotzdem geht's jetzt, du Spasti. Warum muss denn jeder Spasti einen Magier benutzen, weißt du? Warum muss jeder Spasti einen Elektromagier im Deck haben? Alter. Könnt ihr mal aufhören, euch die Karten zu kaufen, Alter? Ihr solltet nichts in eurem dreckigen Leben zu tun, außer euer, 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 das Geld, das hart verdiente Geld eurer Eltern dafür auszugeben, in Karten in Clash Royale zu investieren. Habt ihr nichts anderes in eurem Leben zu tun? Meine Bisse. Aber hey. Will man denen da auch keinen Vorwurf machen, ne? Wenn sie Main, bitteschön. Na gut, der hat hier jedenfalls kein Elektromagier. Der kann mich hier nicht mehr nerven. Aber jetzt kommt er mit dem Mina, genau. Ja, ja, du kleiner Sohn. Du kleiner Sohn. Egal, ich hab gewonnen, ne? Du kleiner Dreckssohn, oder? Kleiner, kleiner Mega-Meiner Sohn. Ja, ich mein, ja, die Pfeile bringen auf jeden Fall was, ne? Hm, ist okay. Äh. Wenn sie meinen, sie müssen das hartfähigte Geld ihrer Eltern ausgeben, um... ...sich im Clash Royale besser zu kaufen... ...oder besser gesagt, besser einzukaufen, bitteschön. Aber bitte halt doch eure Fresse, wenn's darum geht, äh... ...mit nem Skill-Level und so weiter und so fort zu spielen, weißt du? Also, ich... Ach. Also, kaufen sich die legendären Karten... ...mit echtem Geld, würde ich sagen. Mit echtem Geld, nicht mit der Ingame-Währung, die man sich kostenlos erspielen kann. Dagegen hab ich nichts, aber halt die Leute, die sich halt das ganze Geld, ähm... ...das ganze Ingame-Geld durch echtes Geld kaufen... ...und sich dann halt die ganzen legendären, äh... ...einkaufen. Zack, 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 zack. Zum Beispiel, hätte ich jetzt weitere 40.000 Münzen gehabt... ...hätte ich überlegen können, mir den Ice-Marke zu kaufen, ne? Wobei ich auch nicht weiß, ob die meisten jetzt irgendwie auf diese 40.000, äh, äh... ...sparen, um dann halt den Ice-Marke zu... ...oder halt um dann legendären zu kaufen... ...oder ob sie halt wirklich immer noch echtes Geld ausgeben, ich weiß nicht, aber... ...fühlt sich meines Erachtens nach so an, ich mein Magier... ...Ice-Marke-Level 3... ...hallo... ...guckt mich an... ...ich bin zwar nur der Otto-Normal-Spieler in Clash Royale, aber... ...naja, mindestens 160.000 Gold... ...kriegt man jetzt mal nicht ebenso... ...was sind denn hier die Angebote? 4.500 Gems für 100.000 Gold... ...ja, das liegt in etwa zwischen... ...20 und 50 Euro... ...Glückwunsch... ...ne, also wenn ihr damit, wenn ihr darauf stolz seid... ...euch die ganzen legendären Karten so zu kaufen... ...bitteschön... ...ähm... ...ja... ...ich hoffe, ihr seid stolz, ne? Aber bitte haltet euch die Fresse, wenn's darum geht irgendwie... ...ach, ich hab mir alles mit... ...mit Skill erspielt, ich bin so ein Skiller... ...ich hab ein Level-3-Eismarke, den ich mir... ...mit 160.000 Gold gekauft habe... ...Minimum... Wobei man schon sagen muss, es müssen ja eigentlich 240.000 Gold sein... ...um an ein Level-3-Eismarke zu kommen, oder nicht? Brauchen wir einen Taschenrechner? Hmhm... So, 40 mal... ...da heißt 40k... ...40.000... ...erst mal... ...alter... ...mal 2, das sind 80.000, ist klar... ...wegen... ...den, äh... ...zwei Eismarke-Karten, die man braucht, um... ...auf Level-2 zu kommen... ...dann... ...nochmal... ...vier Stück für Level-2 auf 3, ne? Ja, das ist ne schöne Summe... ...und da ist nicht mal... ...da ist nicht mal... ...ne, das will ich jetzt mal sagen... ...da ist nicht mal... ...die Summe mit einberechnet, die man braucht, um ihn überhaupt auf dieses Level zu bringen... ...ne? Von 1 auf 2 kostet ein Mage... ...oder kostet ein Legendary ja... ...5.000... ...was kostet... ...was kostet ein, ein, ein... ...Level-2 auf 3... ...20.000... ...aber das sind ja... ...das sind ja... ...eher gesagt Peanuts... ...im Vergleich zu dem, was man sich erkauft... ...in Sette von 240.000 Gold... ...aber hey... ...ne? Lasst die Leute in ihre Legendärin kommen... ...ist okay... ...ist in Ordnung... ...macht's gut... ...haut rein... ...tschau... ...macht's guter, dit... ...다고 geht... ...kakt hat... ...mach will... ...two grader... ... tutkant... ...to...